ﷻ Outừ雷 Die 30 ist voll Die 30 AD ist voll Hi Leute, nein 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 nein, nicht wegschalten Also, keine solche, ich will jetzt hier nicht gleich wieder, das mit euch verscherzen, dass ihr weg klickt, oder euch hier jetzt voll sülzen und voll singen das Talent, ne ne das haben vielleicht andere nur ganz kurz was von mir ein kleines Update ich bin sehr begeistert ich habe im Moment 30 Abonnenten und das in der ganz kurzen Zeit seit ich hier bin ich bin ziemlich baff der eine oder andere würde jetzt vielleicht denken oh mein Gott 30 was ist das schon, ich habe hier meine 100.000 aber für die kurze Zeit in der ich hier bin ist das für mich schon mehr als ich erhofft habe zu bekommen oder was heißt erhofft gedacht habe zu bekommen und dafür von mir ein alle 10 Daumen nach oben vielen herzlichen Dank dafür dass ihr meine Videos anschaut für die netten Kommentare für die Blumen die ich hier bekomme ich hätte nicht gedacht dass das ja mir fehlen jetzt da gerade ein bisschen die Worte ich hätte nicht gedacht dass das hier so gut anläuft dass es so gut ankommt und ja was bleibt mir noch zu sagen ich hoffe ihr schaut weiterhin fleißig meine Videos ich hoffe sie auch in gewohnter Qualität wieder an euch ranbringen zu können und ja ich wollte eigentlich diese Woche nochmal etwas hochladen aber arbeitsbedingt ist das gerade ein bisschen schwer für mich und so wird mein nächstes Video erst am Sonntag folgen diesen Sonntag oder oder Montag je nachdem und ich hoffe dass ihr da auch wieder fleißig einschaltet es anschaut vielleicht einen Kommentar wieder hinterlasst wie auch immer was ihr wollt wie ihr wollt dass es alles euch überlassen ist es sei euch nichts aufgezwungen und nochmals vielen herzlichen Dank und nochmal alle Daumen die ich habe nach oben und dass ich hier so gut aufgenommen wurde und ja ich hoffe ich kann euch das weiterhin so präsentieren wie ich es mir vorstelle und ja das war es von meiner Seite auch schon wieder eigentlich ja habe ich gar keine Zeit gerade aber ich dachte mir das das muss auch belohnt werden auf irgendeine Art und zumindest zumindest ein Dankeschön fürs Abonnieren und für die tollen netten Worte dass die Zeit muss einfach sein und die habe ich mir jetzt einfach kurz genommen und ja gut das war es dann von meiner Seite auch schon wieder und wie gesagt wir werden uns Sonntag Montag sehen und es wird wahrscheinlich ein Review werden ich weiß noch nicht was mal überlegen was euch vielleicht interessieren könnte oder was mich gerade so interessiert schauen wir mal und ja nochmal hier herzlichen Dank und wir sehen uns wieder bis dahin macht's gut und